Mein Name ist Norbert und wir sind zur Zeit im letzten Paradies der Welt. Sri Lanka ist eines der schönsten Länder, die es auf dem heutigen Planeten gibt. Meine Frau hat über zwei Jahre Schmerzen gehabt. Wir waren bei vielen deutschen Ärzten, aber keiner konnte ihr helfen. Und jetzt haben wir im Internet die Osteopathy-Klinik in Malabä gefunden. Ich kann nur sagen, kommt hierhin, macht Urlaub auf der schönsten Insel und kommt nach Malabä und besucht das Osteopathic-Hospital. Der Chef dieser Klinik ist ein ganz bekannter und berühmter Mann in Sri Lanka. Heute Nachmittag präsentiert er wieder seine Kenntnisse auch im Fernsehen. Ihr könnt wirklich hierhin kommen und ihr seid nach ein, zwei Behandlungen geheilt. Meine Frau hat ja wie gesagt über zwei Jahre Schmerzen gehabt, jetzt zum Schluss nicht mehr stehen können, liegen können und nicht sitzen. Und nach zwei Behandlungen, dank dem Chef dieser Klinik, ist sie geheilt. Es ist wirklich, wirklich, wirklich hochinteressant nach Sri Lanka zu kommen. Nicht nur wegen des Urlaubwissen, sondern auch wegen der osteopathischen Behandlung in Malabä. Kommt, traut euch und ihr werdet glücklich sein. Thank you.